So viele Messer kannst du schon auf einmal nehmen. Julius, muss ich dich bald wirklich Vollzeit bezahlen hier. Super Julius, hast du viele. Und die ganze Spülmaschine haben wir auch ausgeräumt, nur damit sie wieder einräumen können. Julius ist so fleißig. Julius ist voll am Arbeiten, ne? Ja, Julius viele, ja. Wie schnell er groß wird. Und euch einen guten Morgen. Banscher Brötchen holen. Und das coole ist, an unserem Roboter, den kann man sogar für mehrere Ebenen programmieren. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier oben bei uns im Erdgeschoss hinstellen und jetzt lernt er gerade den neuen Raum an, bzw. das neue Obergeschoss. Dann kann man das einspeichern und dann kann man sagen, okay, du bist jetzt hier, saug mal oben, saug mal unten und braucht dafür nicht acht Stationen oder sowas. Das ist halt schon praktisch. Und man kommt jetzt wirklich, boah, der ist gleich bestimmt schon voll, wenn der hier unterm Betteimer ist.